Hi Leute, willkommen auf dem Kanal hier. Hier geht es um ganzheitliche Gesundheit. Ich möchte euch dazu inspirieren, wieder eurem Herzen zu folgen und mehr in den Moment zu kommen. Einfach das zu tun, was euch wirklich erfüllt. Und bei dieser ganzheitlichen Betrachtungsweise gehört einfach alles dazu, es gehört auch der Körper dazu, eben Ernährung, das ist so ein großes Thema, wo es auch in dem Kanal hier drum geht. Ernährungsumstellung, auch auf Rohkost, ich selbst ernähre mich auch rohköstlich. Und ein zweiter großer Punkt ist einfach das Bewusstsein, das Mindset, also die richtige Einstellung, die Psyche. Und es spielt eine ganz wichtige Rolle, wie man zu den Dingen eingestellt ist und wie man an Sachen hier herangeht. Und außerdem möchte ich euch auch einfach dazu inspirieren, wieder mal neue Blickwinkel und Sichtweisen auf die Dinge zu entwickeln. Anders über die Dinge nachzudenken und vielleicht ein paar andere Anregungen dadurch reinbringen. Wenn euch das Ganze interessiert, dann abonniert den Kanal, klickt euch durch die Videos durch und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Macht's gut, Leute. Tschau.